hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf unseren kanälen hier in dem projekten mit dem ww hallo heute nicht so ein chaotischer statt die letztes mal letzte folge fröhlich ist motiviert weil wir wissen dass wir gewinnen ja wenn es safe hat er die letzte challenge gesehen ww und ich waren die absoluten profis ja du kannst aber auch keinen bock gehabt glaube ich ja nicht so man gemerkt dass er auch nicht so wollten schön hof haben dass das einzige hat er gerade auch mal ein kleines statement zum feinster thema aber es ist ja alter kanal fällt mir eigentlich ein lass ich doch hinter dir so müssen wir jetzt hier noch weiter sehen mit 800 grad wird die presse und so wie liefert perfekt perfekt läuft danke herr bürgermeister danke er bürgermeister ja perfekt egal egal ist in ordnung grüß gott servus ich habe heute nicht viel zeit habe sie schon schlepper hier oben ja die zeit macht der bürgermeister wir schlafen dann von 20 bis 6 uhr herr bürgermeister eine frage noch ein maui schreibst du in channel ein ende ist also wieder schreiben wenn ende ist das ist mir egal ich schreibe nur rein wenn stadt ist ja okay und das wenigstens noch zwei drei minütchen zeit weil vor allem hat mir gerade apport gehabt da hast du wieder start geschrieben dass wir ein bisschen zeit lassen noch ja so ja 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 ok also dann schreib ich immer ende ok 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 gut super tschüss maui wird noch zwei drei sekunden mehr im starter dann das sind alle darauf vorbereiten können ja ich habe gerade die aufnahme gelöscht muss man ja wieder aus papierkorb holen weißt du was das problem ist im live control gewöhnt ja und da gewöhnst du ab jetzt fahren und so habe ich komplett anlernen naja man froh wenn wir mir pedalen schickt ich muss mich auch erstmal bequem an uns setzen gerade leckt das aber ein bisschen ne bisschen ist gut ich habe ich ja auf eine nimmt er noch gerade auf ja 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 wir nehmen wieder auf irgendwas muss ja auf uns auf julians kanal kommen sonst kommt ihr da nix klar da kommt fortnacht ja okay da ist der bürgermeister wieder weg man kennt ihn ja ich sag euch mal tschüss ja immer ne standard also ich würde ihn abwählen allein weil er nicht tschüss sagt könnte man machen ne einfaches prinzip weil ich es kann weil ich schon mal direkt gegen den bürgermeister weil er nicht tschüss sagt als der einzigste grund ist ja ja und vor allem nicht okay tschüss dann oder einfach nur tschüss oder einfach nur bei bei oder irgendwas kurz das muss ja nicht mal lang sein aber dass man weiß dass er geht man redet mit ihm und er geht auf einmal so da ist er wieder grüß gott ja moin an den bürgermeister wenn sie jetzt gerade sind jetzt nicht ab sagen sie bitte bescheid bevor sie gehen okay also einfach nur bei bei oder bis gleich oder tschüss okay habe ich sie noch maschinen am händler wo ich ihn noch hoch fahren liefern sie frontlader und sowas man könnten könnte ich ja gut dann wirklich am händler zwei frontlader stehen oder kostet das jetzt geld das ist egal ich transportiere alles okay gut dann zwei frontlader fz 60 und zwei ballen gaben und wollen auch eine paletten gaben zu sicherheit noch nee wir haben noch so viel geld habe ich jetzt 2 oder 3 gekauft scheiße 2 ich habe so viel klickt ich dachte ich hätte drei gekauft ich hatte schon angst also ich bin noch mal wieder weg ja wir erwarten an ihre lieferungen erneut ja dann tschüss tschau auf einmal war er freundlich ich glaube denn irgendwie war's mit gekriegt dass wir ihn abwarten wurden glaube der hört uns ab mit wanzen ja wahrscheinlich die hada deswegen wollte auch macht ja auch die erste fahrt umsonst abhören abhörgeräte rein die presse und entwickler haben es raus ich hab der spioniert für maui das war ich der titel abhörgeräte vom bürgermeister der bürgermeister hört uns ab heute ja uns ab fragezeichen ausrufezeichen und dann fette in satan der schreibe johann ist hier verblägt ich werde das schwerste wird wahrscheinlich eh seine video beschreibung zu anzufertigen komplett doch das ist so viel schreibearbeit und fand ich will hier richtig aufwendige handels machen auf dem auf der brühe auf der challenge ich schicke ich schicke ich schicke aus meinem cutter der kann auch ich habe die videos kann ich selber da gibt es ja nicht viel willst du dich cutten er soll mir aber noch ein geiles intro machen ich habe ihre selbst gemacht neues so sieht es auch aus und so hört sich auch an mein neues das was wir mit dem bunten das bunter als das alte das ist ja nicht so gut ist nicht mein geschmack euch ist halt was neues mal was nicht so alt ist wie letztes mal naja über welche minute sind wir eigentlich minute sechs acht dann geht es ja noch eventuell werde ich mir in der folge schon fast fertig mit ich habe noch ein bisschen meine fläche ist aber auch kleiner ja siehst du dann ist doppelt so groß ich werde ich bin der ich die big packs ab und tue diese maschine zurückgeben und dann mache ich missionen ja dass ihr mal noch ein bisschen mehr geld wieder reinkommt oder düngen vielleicht ja düngerstreue muss man sich vielleicht noch holen weil jetzt ist das ganze 0 prozent gedüngt die verdünner aufbocken auf der feld okron juckt und zahle ich es ja eh nur einmal man was einmal halten wir auch aus ja einmal bis in der vertrag ertragsverlust ist egal es ist ja auch nicht viel bei gras ist das eh nicht eigentlich glaube ich oder ich glaube bei gras ist das sogar egal ich weiß nicht aber es ist auf jeden fall wenn es da ist stört es mich jetzt auch nicht schon mit ihnen da so ich möchte übrigens bei der ersten gras erde dem wir können es auch bis nach wechseln war folgen abwechselnd ich war begegnen mein weg was ich sagen ich weiß ich nicht so sehr mission vielleicht auch als der maschine da haben ballenpress mission gibt es aktuell wenn es noch wenn da muss man nicht wenden nicht okay gut dann macht ich mal später ja siehst du wenden du musst also auch wenden aber egal dann mieten wir uns in der feld 1 kannst du auch ohne wenden feld 1 ist ohne wenden okay konnte ich halt eins machen da sind wie nur silo ballen muss aber gucken aber es wird eh schon bald wieder gepennt guck mal ja deswegen bist du sehr zusätzlich weil es mir sehr fällig ansehen dass wir fertig werden so wichtig dass wir fertig werden damit irgendwie schon so ansehen ist echt wichtig dass wir da fertig kriegen ansehen schaffen wir das ich schaffe auch düngen noch ja sonst düngen wir halt beim wachsen ist ja krass egal ja und wenn kommt halt noch pflegebreitung drauf geklatscht was auch nicht so viel habe ich jetzt aber kein bock drauf dass ich beim 800 scheiße haus ja und dann ja einfach erstmal düngen hat sie auf deinen pflegebereitung drauf machen scheißegal ich werde das haben keine warum deiner meine ich würde sagen wir beide einfach uns beiden fertig ne ich sitze in meinem dosis in deinem ganz einfach wieviel stunden hat deine schon runter 0,3 ja meine auch bei welcher minute sind wir minute 9 ich sage mal weil minute 13 sind ja das ist gut sage ich dir bescheid oder ich könnte ich könnte diese folge noch fertig werden wenn es gut läuft da könnte ich nur die dingsmission an machen oder ne dann muss ich erstmal dünger holen dann willst du mir säen na ich helfe nicht säen ja moin so werden wir aber nicht fertig mit der ansehen wenn es bis vor der schule zeit ja doch ich helfe dir dann säen aber ich will nicht rundherum fahren irgendwie ja du kannst ja dann bahn fahren fahr nur rundherum weil es die ganze zeit bergauf und bergab geht das schafft der fände nicht der fährt dann mit 2 3 kmh ja rund ist kacke ne nein bergauf na dann fahr ich auch rund nein bist du bei mir schon oder was auf dem feld nein ja ist doch bei dir ist doch scheißegal weil wenn du fährst für dich guck mal wie viel ich noch ich hab auch ein bisschen was ich auch noch kann ich doch die büsche die du hier platzierst ist durchfahren ja ja meint schon nur bis zum bestimmten teil stören die sonst haben wir sie weg na ich will jetzt grad mal beim ansenden aber es geht es geht und die sind ja eh dann später weg also die jucken uns dann eh später nicht mehr bei einem Dings du weißt was ich meine beim sollte unsere jungen halt mal genug abstand mit dem bgm ich hab dir jetzt eh grad mal ein kleines einer kleine anbindung passt schon ok ich glaube doch nicht die folge fertig kann ich auch nicht jetzt werde ich hier wird fertig ich werde ich werden könnte es wäre gut gut möglich aber ich glaube es eher nicht ich werde warum mit zwölf meter arbeitsbreite könnte das ja wenn wir zusammenfahren weil eine recht nicht fertig denke ich alleine nicht spät das nächste folge hier fertig wird naja ist auf jeden fall eine sehr gute kombi der feld mit der sähmaschine macht sich bezahlt der feld irgendwie neu und schicker haben die 20 21 22 ich glaube die machen ein bisschen was mit raus die anderen beiden haben die 18 und die 15 wir haben wir sind die die das ganze am ernst ernst nehmen ja ganz ehrlich ich habe immer zusammen ist doch nicht besser jetzt auch hoch und ja na ja was schon welcher folge sind wir eigentlich zwei na ja vergesse ich hier geht das was komplett ich werde die folge morgen alle hochladen ich denke morgen auch dass die fertig sind oder vielleicht nachher noch ein paar wenn ich es nicht mehr aufnehmen ich habe heute noch ein bisschen was vor aufzunehmen haben jetzt 10 22 22 perfekt ich will dann um 23 Uhr spätestens kann ich habe euch geben um zu meiner oma branchen also wo ist da und ich habe gewusst oder von mir um halb 11 11 da sein da kann ich doch mal in schlafen wegen ist das ideal naja deswegen habe ich noch schon 13 h vielleicht schon gleich habe ich das noch nicht jetzt vollgas gebe dann kann ich als ding fertig an sein fertig ich frage mich wann unsere frontlader ankommen er hat so viel zu tun der bürger reicht ja der ober der oberst ortsvorsteher genau ortsvorsteher johannes naja bester mann der macht dich ehrlich gut hast du eigentlich schon mal mit gleiche hast du eigentlich schon mit der floh in like on out tv schon mal voll gezockt oder ich hatte ihn noch gar nicht ich auch noch nicht oh komisch die so war noch neu auf dem discord naja was auch jetzt welche meine letzte bahn noch ok was auch geil wäre wirklich so fünf sechs sie fünf teams oder sowas ja das wäre krass auf einer vierfach map notfriesischen marsch vierfach wenn die kommt ja das könnte krass sein ich will die nf marsch am lieb wieder mit produktionszweigen haben wir können ja wenn wir können da ja mal ist ich hätte ärgere an süd hermann dass wir da was machen weil da haben wir schon möglich food und sowas ja aber das kommt doch so selten bei was bei uns oder was ach so ja es ist da vielleicht ein zweit projekt machen zwei projekte machen es noch mal mit denen so und eins mit hier vielleicht was weil es auch doof ist zwei systemen finde ich dann bloß wenn er das noch macht ich bin echt cool dass wir zusammen machen dann kannst du zwischendurch mal dabei sein wenn du willst so abgeschlossen sand check ist die fall wahrscheinlich dann normal ich habe alles mitgenommen wirklich alle bei mir könnte sein dass er was vergessen ist irgendwo oder ja bis jetzt auch nicht geil geiler shit ich fange auf der anderen seite an ok leck hat irgendwann glaube ich was gekauft und zwar kann ich auch gleich sagen was und zwar ein big container und container platzierbare objekte scheinbar ich kann es ja noch gucken big back und big back ist das ok dann sind es big back ich weiß nicht weil ich nicht was damit gemeint war big back container naja wie viele welche minuten minuten 16 schreibst du ende ja au leute das war es mit dem video bis dahin macht es gut ciao